Mats Hummels, der zweikampfstärkste Spieler der vergangenen Bundesliga-Saison. Antreiber immer da, wenn's drauf ankommt und Torschütze, eine Top 5 unseres Abwehrchefs. Fünf Tore hat Mats im abgelaufenen Bundesliga-Jahr erzielt. Zwei davon in der Rückrunde gegen Frankfurt zum zwischenzeitlichen Ausgleich und beim Heimsieg gegen Bremen zum 4 zu 1 Endstart. In der Hinrunde trifft er gleich drei Mal. Ich bin nicht sicher, dass er zu viel darüber wusste. Ich glaube, er erwartet, dass einer seiner Teammitglieder eine Hände zu erinnern, vor ihm. 1-0, jetzt also, für die Borussia! In Bielefeld trifft er sogar doppelt. In seiner Karriere ist das erst der zweite Doppelpack für den deutschen EM-Teilnehmer. Cross from Reus, Hummels! Almost once, almost twice! Dass er vorne immer eine Waffe ist, hat er bewiesen. Hinten kann er es noch viel besser. Kompromisslos räumt er alles weg. Kein Wunder, dass Mats mit rund 69% gewonnener Duelle der beste Zweikämpfer der vergangenen Bundesliga-Saison ist. Und jetzt wichtig gegen Embolo, kriegt er auch noch mal einen mit auf den Fuß. Was für Mats Hummels! Absolut fantastische Dinge! Und wenn's mal richtig brenzlig wird, steht der 1,91 Hühner seinem Mann. Gegen Wolfsburg zum Beispiel, als er den Rückstand durch seinen Einsatz verhindert. Dann ist es am Ende Mats Hummels! Wow, was ein Tackle, Interception, Deflection, whatever you want to call it! Gute Enke! Und das Tor! Mats Hummels! Nach ganz oben schafft es sein Tor gegen die Blauen. Sein erstes Derby-Tor, um genau zu sein, mehr geht nicht für Platz 1. Nullsgross! Nullsgross! Well, well, well! Mats Hummels! Dissert das die Defender-Saison, das Praktions einst. Nullsgross! 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 Tandisgross!